In den neuen Mittelschulen werden ab der dritten und vierten Klasse Schwerpunktfächer angeboten. Diese sollen den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, ihre Talente und Interessen zu vertiefen. In der NMS Misslbach II gibt es die Schwerpunktfächer Deutsch, Englisch und Mathematikkreativ zur Auswahl. Wir befragen eine Schülerin der Deutsch-Kreativ-Gruppe. Warum hast du Deutsch-Kreativ gewählt? Ich habe dieses Fach gewählt, weil es mir Spaß macht, mit der deutschen Sprache zu arbeiten und meine Deutschkenntnisse zu vertiefen.